Buhhihihi Schön Nenne ich einen Fail? Donut Planes 2 Wieso auch immer das Donut Planes heißt Pilz Zack So Oh Gott Nein! Ich weiß, warum ich mich drauf gefreut habe Mh Da wäre nochmal eine Feder drin gewesen, aber da du keinen Pilz mehr hast Schön Vielleicht kommt es ja nochmal raus Mh-mh Da sind Minzen drin Mh Normalerweise Zack Komme ich ohne Feder? Oh, scheiße Komme ich ohne Feder eigentlich zum zum Switch hinter? Ja Du musst in das nächste, in die nächste grüne Röhre, also die da oben Die, wo du gleich siehst Die da Da musst du rein Okay Bei dem Riesen-Toasty Toasty? Ja Das ist genau so ein großer Fail wie ich in diesem Spiel Mhm Mh Geh mal zurück, du musst das oberste Ding da Warte mal Geh nochmal, geh nochmal auf da, wo der Panzer ist Ja Versuch mal so schnell zu rennen, dass du das oberste gelbe Kästchen mit dem Kopf triffst und das aufschlägst Nicht die da, ich mein die, wo da hochgehen, die Treppe Achso, das oberste Ja Das krieg ich doch nie Ja doch, wenn du von dem Panzerding aus vielleicht springst Achso, okay, warte Da musst du aber irgendwie schnell rennen, aber ich weiß nicht, ob das geht So, so Ne, krieg ich nicht hin Ich wette mit dir, das geht Ja, aber ich krieg sie hin Ja, das darfst du eh gleich nochmal versuchen Ja, ist wurscht Hab ich halt das in normalen Eingang gemacht Ja, du kriegst immerhin etwas hin Auf ein neues Du machst das Wasserlevel, ich hasse es Was? Ich soll das Wasserlevel machen? Scheiße, für den Geheimgang brauch ich Federn Dann mach ich jetzt hier den Switchpalast, dann hab ich die Feder Okay Dann mach ich sowas, der Level Vorausgesetzt, ich verliere sie nicht Vorausgesetzt, du schaffst dieses Level Danke für diese ermutigenden Worte Ich hab dich auch lieb Warte mal, ich könnte auch den Switchpalast jetzt machen Da wär ne Feder drin Ne, echt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet Ah, schön Woher weißt du das denn? Das hat mir jemand, der sich hier sehr gut auskennt, gerade eben vorher gesagt Hm, wer war das denn? Oh Gott Ja Sehr schön Ich sollte meine Steuerung umlegen Naja, ist immer die Steuerung Ja Weißt du doch Ich hab immerhin nicht beide verloren Kommt schon noch Sag jetzt nichts Falsches Warte, ich probiere jetzt, ob das gegangen wäre Aha Das könnte... Nein Okay Okay Ich hab immer Angst, dass ich das Ding zertrümmer Mhm, die hatte ich jetzt auch gerade Jaaa, sehr schön Die schwankt meiner Beste An dem Vlog Mhm Ich hab drauf gewartet Hahaha Ich mach das wenigstens witzig, okay? Nein So viele Falsche, die ich mir hier erlaubt habe, habe ich noch nie beim Spielen gemacht Findest du das etwa witzig? Hm? Findest du das etwa witzig? Mhm Soll ich den Switchpalast machen? Nein Okay Oh Gott, oh Gott, oh Gott Mhm Mhm Ja Bist du so gut heute wieder? Ähm Ähm Ja Mhm Ja Ach komm Ja Ach komm Wenn alle tot Ich hab mich auszulachen, ich schaff dir ein Palace-Wesen Ich hab den gelben auch geschafft Ja, oh, der war ja auch so schwer, da war überhaupt kein Gegner drin, ne? Bäm So Leute, ja, wir machen das Wasserlevel zum ersten Mal Ja, das ist ja noch ein bisschen was Ja, das ist ja noch ein bisschen was Ja, das ist ja noch ein bisschen was Ich muss das auch zweimal machen, oder, das Level? Ja Ach Gott Ja Du, 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 du Ich fände die Glitzerndinger im Hintergrund niedlich Was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Oh, fliegen Wie hoch noch? Noch höher Links oder rechts? Weiß ich nicht, da. Joschimünze, Joschimünze, du Idiot! Ich will aber das erst sehen. Du hättest beide Joschimünzen holen müssen, jetzt kannst du's nicht mehr. Ach, ich brauch keine Joschimünzen. Yay! Doch, jetzt kannst du's! Och! Verdammt. Ist das nicht so einfach? Oh Gott! Scheiße. Darf man? Ah, scheiße! Haha! Oh yeah! Die wird total failen. Ich brauch Federn. Nein! Ich hab's kaputt gemacht, oder? Ja, hast du. Ich hab's kaputt gemacht. Mhm. Gott! Ich bin klein und ich muss das Level machen. Ja! Viel Spaß! Ich glaube, den wirst du haben, oder? Mhm. Oh mein Hals! Hallo, Hals! Wie geht's dir? Nicht gut? Merke ich! Hast du mir zu viel gelesen? Haha! So, jetzt nochmal. Bei die Joschimünzen. Und das Leben. Haha! So kannst du wenigstens nie sterben. Ja. Doch, sterben tue ich schon. Ich komm dann mal wieder. Ja, aber... Kein Leben verlieren. Also irgendwie ist es halt bisschen dörflich. Komm, komm, komm! Leben! Flieg schneller! Ich will wissen, was auf der anderen Seite ist. Magst du da mal hinfliegen? Welche andere Seite? Da unten! Da wird wahrscheinlich auch nur ein P sein. So ein Ballon. Ach, sehen wir beim nächsten Mal, ne? Haha! Oh, ich sollte mal vielleicht die andere Joschimünze auch nehmen. Nö, brauchst du nicht. Weißt du, ich glaub, die Röhre magst nicht so von deinem Kopf bedrängt zu werden. Ich hab' abgewartet. So was? Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Der verfolgt dich, ne? Ja, ich weiß. Auf was hast du gewartet? Nö, 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 dass ich nicht faile. Dass du nicht failst? Also, das... Darauf kannst du lange warten. Schön. Scheiße! Hallo? Geh weg! Geh weg! Ich lach, wenn das Ding jetzt zu nichts verpufft. Ja, no comment.